Grammy Awards 2024 – Taylor Swift bricht erneut – Rekord Die Grammy Awards wurden am Sonntagabend in Los Angeles verliehen und erneut ging Superstar Taylor Swift, 34, als Siegerin des Abends hervor. Beim wichtigsten internationalen Musikpreis wurde sie für ihr Album Midnights 2022 in der Kategorie Album des Jahres ausgezeichnet. Wieder einmal ein Rekord. Damit ist sie die einzige Künstlerin, die jemals viermal in der Kategorie Album des Jahres gewonnen hat. Vor Midnights erhielten auch Fearless 2010, 1989, 2016 und Folklore 2021 diese Auszeichnung. Der Preis wurde von der kanadischen Musikerin Céline Dion, 55, überreicht, die 2022 bekannt gab, dass sie an der seltenen neurologischen Erkrankung Stiff-Person-Syndrome, SPS, leidet. Infolgedessen musste sie zahlreiche Tourtermine absagen.